hallo und herzlich willkommen liebe zorker freunde wir haben ja schon in der vorigen runde gesagt dass uns allmählich hier die ideen so ein bisschen ausgehen wir gehen jetzt zum ende so ein bisschen auf die pvp schiene aber uns fällt einfach nicht wirklich mehr was ein wir sind hier noch mit diesem kurzen mentor bonus ich bin jetzt auch mal mit meinem krieger reingekommen und melde uns dann auch mal gleich mal für die königliche arena an da müssen wir 30 mal es gibt doch noch was anderes so gruppe versus gruppe oder 15 mal gehen wir dann mal ein bisschen so an drei versus drei alles klar so und wir sind auf der suche nach ja nach einem etwas neueren geben oder einem anderen geben was wir zu zweit oder was wir vielleicht mit mehreren vielleicht auch mit euch zusammen vielleicht ein wenig let's playen können und da sind da seid ihr nun mal ein bisschen gefragt ihr könnt uns zum beispiel schicken was ihr zum beispiel gerne sehen würdet von welchen spielen zum beispiel so ich muss mal ganz kurz hier wo ich den einen stein hier noch einsetzen kann da kann ich zum beispiel den noch einsetzen ich muss mal ganz kurz hier meine steine ein bisschen sortieren ich werde mal so nebenbei ganz kurz meine delhi machen die werkbank ich werde mal ganz gerne als belohnung immer 250 uhr altes wissen da haben wir schon so wir jetzt einfach die kein schild also natürlich klar dass da natürlich jetzt ein schild rauskommt ist ja meistens immer so so ich werde jetzt auch erfahren dass man wenn man die drei gegenstände die man immer so per zufall aus der schatzkiste da kriegt dass man da denn so ein gegenstand kriegt wenn man alle vier zusammen machen tut joey dass man denn zum beispiel schneller in der stadt zum beispiel ist also noch schneller und dann unterwegs ist ja bloß das problem ist die natürlich jedes mal zu bekommen oder so ist natürlich ja du willst du willst schwer so müssen hier sortieren alles wo ich habe vier ringe das könnte ich ja beim nächsten dd ding auch mal so wie ich sehe uns hatte glaube ich auch noch keiner so wirklich erklärt von den zuschauern was die grünen balken zu sagen haben fällt mir jetzt gerade mal so ein haben soll können muss gehabt haben sie alle keine lust gehabt oder so so ich würde noch mal ganz kurz gucken ob ich denn auch komplett meine rüstung heil ist schon wieder einer mit so einem pony unterwegs so einem regenbogen pony ich werde dann auch mal die dicken heil tränke da rein machen weil die sind extra für pvp reparieren oh siehst du 76 dings man könnte ja glatt sagen wir könnten ja ein bisschen warten wir aktivieren uns für pvp und gehen jetzt mal kurz vor die tür und dann zeige ich dir mal wo mein schwert hängt so ne möchte ich nicht möchtest du nicht ne möchte ich nicht wieso möchtest du das denn nicht weil ich daran kein interesse habe kleine honigstecher so gut stecher du so das dauert natürlich wieder hier äh gefühlte ewigkeiten und sonst ein bisschen Slivmoor wo zugrund ja das blöd ist ja wieder du bist ja wieder kein premium spieler entschuldigen ja der aus der overking ne du kannst du wieder nicht kostenlos reisen ja der overking ich brauch sowas nicht overking ja over the hip mo wo sollen wir denn eigentlich in wurzelgrund nochmal machen ach da sollen wir noch ein paar ein paar von den dingern schlagen das mache ich denn mal so ein bisschen nebenbei das hier nicht irgendwie ganz öde öde wird so gucken wir mal wo hier so eine wurzel das ist hier 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 jetzt kleinlässigen mongos alter man hier 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 wo hier hier ich habe jemand gleich mal den oberen mods tot gemacht ne Es ist ja mal wieder Oh, wer ist der Rainbow? Oh, wer ist der Rainbow, sag ich mal No Der Herr bleibt hier schon Äh, irgendwie sehe ich, dass Dings nicht mehr ist, ne? Wir sind nicht mal angemeldet, oder? Nicht angemeldet, klar Wieso sehe ich denn aber bei mir kein Dings mehr? Dann reiß es nicht, wa? Wieso? Hey, du warst auch nicht angemeldet mehr Nö Hast du es nicht gesehen? Nö Wir sind mal ganz kurz erstmal bei der Dings Holla, wie alt hier Leute, schickt das Arbeitsamt um So, magischer Siegel Hör mich Was hab hier denn hier? Unverbesserter Silber auf dem Dein Lebenspunkt Ja, was bedeutet denn diese blöden sechs Grünpunkte da drin? Das würde mich jetzt echt mal gerne interessieren, oder? Drei Siegel der eine Erhöht Temporen Weil die Bewegung ist mir nicht schuldig Alles klar, Kerle So, ich hab hier auch gerade mal alles so ein bisschen erledigt Oh, ich bin gerade ein bisschen am sortieren Doch ein Silberring Heeeeee So, kristall der Wein kann man immer gut gebrauchen So, kristall der Wein kann man immer gut gebrauchen Oh, nee, hör auf Bronzenes Helios Ammonet Ruf ab Stufe 1 2,2% schneller Angriffsgeschwindigkeit Und ich hab Ah, da bin ich ein Müller-Junkai Ja, Bums hier Wunderbar Achte mal immer noch so ein bisschen obendrauf Ob das noch immer Angemelde sind Bei dir ist es vielleicht jetzt nicht mehr Bei dir ist es nicht mehr? Mh Das verstehe ich irgendwie nicht Ich glaube, wir müssen denn doch Wohl in der Stadt denn zusammen bleiben Weil das sonst nicht funktioniert Bei mir, ich bin nämlich noch angemeldet da So, schaut das aus Irgendwie funktioniert das hier gerade alles heute nicht Erst fängt Facebook an Erst fängt YouTube anzuspinnen Erst keine Videos mehr verarbeiten Dann, äh Am nächsten Tag, äh Kannst du nichts mehr auf Facebook posten Weil er darum spinnen tut Meine Güte nochmal Ja, gib Gas Wie lange geht ihm die Folge schon? Ja Elf Minuten Ja, da geht nochmal So, ich bin eben gerade nach Kingsville Und eben gerade auch schon wieder die blöde Dings wieder weg Ach, ne du Bist du jetzt irgendwie noch angemeldet? Bei der, ähm, beim Wettkampf? Ja Nein Ich auch nicht mehr Also ich sehe zumindest nichts Ne Das ist doch irgendwie Naja, also dann Muss man wohl definitiv hier wohl in der Stadt dran bleiben Das natürlich ein bisschen blöde ist, ne? Weil man ja natürlich immer nie so weiß Wenn es die ganze Zeit machen soll Hier bändige Zehn geholt So jetzt Was denn? Jetzt bin ich auch da drin Naja, ich habe uns wieder neu angemeldet Das ist das Problem Okay Also hier steht jetzt Geschätzte Zeit 42 Sekunden Aber das kannst du verknicken Und ich weiß immer noch nicht Bedeuten vielleicht die sechs Balken, dass alle da sind oder so? Aber wenn alle da sind Ich denke vielleicht, äh, auf unserer Seite sind alle drei da Jetzt warten wir nur noch glaube ich auf der anderen Seite oder so Was anders kann ich mir das ja nicht vorstellen Das macht das ja auch schon gar keinen Sinn Ich könnte mich jetzt so anziehen und ins Stadion fahren und feiern, ne? Ich weiß nicht Ich finde die Richtigkeit Ja, wenn es was zu feiern geben würde Ja, ich meine einfach Stadionatmosphäre genießen Ja, gut, aber wenn du ja alleine bist, äh, dann bringt dir das ja nichts Und du bist ja nun mal halt allein Du bist ein einsames Kind Ich hätte sogar keine Stadionatmosphäre, ey, hör auf Nein, ich war ja auch nur, äh, für gut anderthalb Jahre Stadionwerter gewesen Aber ist schon richtig Ja, aber du stehst ja nicht selber in der Kurve und machst da mit, ne? Nehm ich mal an Natürlich Natürlich Ja, geil, ja, ja Aber meistens habe ich so eine bekloppten Idioten wie dir immer aus dem Block gezehrt Ja, aber bist du der Fan? Möchtest du das nicht mal so ein bisschen nochmal äußern? Denk mal, das wissen die meisten durch den Manager-Modus, ne? Du bist HSV-Fan? Ich bin, ich bin Fan von mir selbst Du bist Fan von... Von der Mannschaft, die, ich glaube, im Putt-Bürger-Stadion, ne? Spielt? Ja Ja, oder ist ja wunderbar Da, wo mein Sohn auch mitspielen tut Ja, und ich... und wo spiele ich? Du spielst im Abstiegsverein Du spielst im Abstiegsverein So, aber irgendwie bin ich der Meinung, das wird hier jetzt auch nichts mehr Auch wenn die geschätzte Zahl jetzt gerade runter ging und hoch Wir gehen jetzt auf die 15 Minuten zu Und ich würde einfach sagen Ähm, das war jetzt vorerst wohl, ähm Die letzte Folge von Drakensang Äh, außer ihr wisst jetzt hier noch irgendwas, was man noch machen kann Oder ihr wollt, dass wir die Serie noch weiterführen Ähm, wenn jetzt nichts mehr von euch kommt oder so in den Kommentaren oder so Dann werden wir diese Folge erstmal oder diese Serie erstmal auf Eis legen Und schauen uns dann mal um, ob wir da was Neues finden So, das waren jetzt die letzten Worte von mir Hast du nur irgendwas zu sagen, Joey? Ja, äh, tschüss, mehr nicht Tschüss! So, wir... ich schließe das einfach mal ganz schnell mit dran Weil, wo wir die Folge gerade aufgehört haben, zwei Sekunden später Äh, ging's dann auch gleich los Und, äh, Joey, ich will ja nichts sagen Aber, äh, wo bist du? Ach, da ist er, Joey Okay In 3 In 2 In... Yeah! Gudi gudi Gate ist jetzt nubes hier gleich Ronde 1 Wir sind rot In 3 Oh, 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 oh Ich darf nicht sterben, ey Ah, fuck, ich... Und wir beide noch Den Schokostecher Wir müssen uns von dem Geist fernhalten Jaja, ich lauf einfach im Kreis, der macht halt nichts Scheiße, jetzt bin ich weg, Alter So... Wieso bin ich denn immer der Letzte hier eigentlich? Pass auf Hab ich noch, hab ich noch, hab ich noch Hab ich noch, hab ich noch, komm schon, komm schon Komm schon, ja, ja voll Jaaaa Du bist auch gestorben Aber trotzdem kein, äh, kein Wir haben trotzdem die Hunde gewonnen Wunderbra, 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 Alter Nein Alles Slowbobs hier Ah, Mann, ey Ach, scheiße, ich kann noch nicht durch, Alter Hey Leute, hier sind zwei Stück bei mir Eklass, komm schon Eklass, Eklass, Eklass Eklass Jaaaa Ja, ich hab den anderen Der war fast ein Fail Der war fast ein Fail Ach, f*** dich, Alter Jaaaa Nein Ja, der andere ist auch nie der Lebespunkte regenerieren gar nicht hier, ne? Nein, 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 nein Ja, da merk ich schon langsam Wie glaub ich denn jetzt noch? 115 Ich bin gleich down Ah, jetzt hat er mich mit dem letzten noch gekriegt, Alter Ich bin gleich down, Digga Ja, da bin ich Fuck you, Alter Fuck you Ich mach ne Ja, wir müssen uns vielleicht Ha Scheiße, Alter Oh, ich schick meinen Helfer, weil ich einfach nichts traue Das ist ein Schokostecher hier Und da ist er erst schon weg Hm Ja Ja, es muss grad doch kein Problem hier sein, oder? 3 gegen 1 Ah, Mann ey, Alter Der war Nein, jetzt hab ich einen Trank getrunken, wollte ich doch gar nicht Ja Ah, Mann ey, alter Schwede Jetzt müssen wir mal eine Runde gewinnen, Alter Da war alle gar nichts hier 2 zu 1 für uns WP macht irgendwie schon Spaß, ne? Kann das sein Ja, aber wir müssen uns denn auch Ey Diggaas, Diggaas Geht so nicht Was denn, wir haben noch einen gleich zusammen da besiegt Oh Reicht doch nicht immer aus Oh, Mann ey Es ist zum Kotzen, wenn du keine Angriffskraft denn auf einmal hast, Alter Der ist gleich, der ist auch gleich Damage Damage Ja Ja Aber komm Noch ein Schokostecher Da ist man hier rumkommen Ja Rode Gruppe gewinnt Arena-Wertkämpfe Sieg Und jetzt wollten wir euch wenigstens noch bringen Ich hab da irgendwas erreicht Unbesiegbar Die meisten gegnerischen Spiele hintereinander besiegt Ohne dabei selbst zu fallen Mindestens 3 Wunderbar So, das war's jetzt erstmal Und wir sagen jetzt nochmal Tschüss Bis dann, liebe Zockerfreunde Ciao, ciao